Erzbischof Feofan ist russisch-orthodoxer Erzbischof von Berlin und Deutschland. Werdegang Feofan trat 1972 in das Geistliche Seminar und später in die Geistliche Akademie in Leningrad ein, an der er 1977 seinen Abschluss machte. Am 4. Januar 1976 empfing er die Mönchsweihe, drei Tage später die Weihe zum Mönchsdiakon und am 17. April 1977 die Weihe zum Mönchspriester. Nach seiner Erhebung zum Archimandriten am 14. Februar 1985 erfolgte am 11. Januar 1987 seine Bischofsweihe und er wirkte als Bischof von Kaschira. In der Diözese Moskau 1988 bis 1990 war er Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche in der Tschechoslowakei in Karlsbad. Ab 31. Januar 1991 war er Bischof von Berlin und Leipzig. Nach der Vereinigung der drei deutschen Diözesen zur Berliner Diözese der russischen orthodoxen Kirche am 23. Dezember 1992 wurde er deren erstes. Oberhaupt als Bischof von Berlin und Deutschland am 23. Februar 1996 erfolgte seine Erhebung zum Erzbischof durch Alexius II. Matthias II.